Das ist auf Deutsch vergesst es ständig. Dingstein, ihr wisst schon. Schreibt es nicht in die Kommentare, jetzt ist es ja unnötig. Das kenne ich. Ich frage irgendwas, was mir gerade nicht einfällt, und dann die ganzen Kommentare folgen nur damit. Und das ist nicht nötig, aber danke. So, ähm, naja, jetzt anscheinend ich nur Stein. Okay, egal. So, schöne, zwei Stacks. Drei, ja, viele. So, wir sind pleite. So, nicht wirklich, aber... Was, so wenig? Wenn ich da 16 Mal kaufe, das bedeutet, ich brauche vier von den vier Mal klicken. Und dann habe ich einen Stack. Und ich habe doch bestimmt nicht, äh, nur Schweinschwein mal geklickt, oder? Aber naja, was soll's. Sollte reichen, was wir da voll zu kriegen, glaube ich. Jawohl. Und Cobblestone, hm, das dauert jetzt halt nochmal. Oder wir gehen nochmal kurz auf die Suche. Dann wird es vielleicht ein zweier Part. Wenn ich übrigens zwei Parts am Stück aufnehme, das heißt, wenn ich länger als 20 Minuten am Stück aufnehme, damit ich es auf, ähm, 10 Minuten Parts mindestens schneiden kann, dann, ähm, dann wird's ja... Dann werden es zwei Parts. Ja, so, wie läuft das Geschäft hier? Ach, die Fackeln werden, wurden abgebaut. Ja, wollt ihr nicht mal mir helfen, oder so? Ne, die verändern hier immer nur was komisch. Naja, vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie das hier funktioniert, dann kann er mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Dann wäre schon gut zu wissen. Oder folgen die mir immer noch? Muss ich gleich mal schauen. Oh, die Spitzhack ist gleich im Arsch. Naja. Gut, dann bauen wir jetzt hier nochmal kurz ab. Ich wollte eh nochmal checken, ob die da irgendwas gesammelt haben. So, und sie ist weg. Gut, ja, die folgen mir schon wieder. Glaube ich, oder? Ich verstehe die nicht. Behälft mir bitte, ich verstehe die einfach nicht. Ah, gut. Check, 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 check. Gut, also holen wir uns jetzt eine Schnurr-Spitzhacke und am besten gleich zwei. Komm. Ich kann das ja notfalls wieder Geld machen. Ja, und gucken dann vielleicht nochmal kurz da vorbei. Obwohl, das bringt auch nicht so viel. Naja, äh, Eisen-Spitzhacke und Eisen-Axe gleich mal zwei von beiden. Oh, jetzt hat mir, äh, egal. Ach, oder fließt das von den beiden mit in die, äh, Arbeit von denen da ein. Das kann natürlich auch sein. Das kann sein. Das wäre halt nur ein bisschen unrealistisch, aber das kann sein. Ich esse noch, warte, was? So, ja, das könnte wirklich sein. Ach ja, einen Foodshop habe ich ja jetzt auch. Das heißt, ich muss mir auch keine Tiere mehr töten. Hm. Naja. Keine Ahnung. Ich kann es noch nicht sagen. Wenn es einer von euch weiß, ich schreibe es. So, so, so. So. Na. Ja. Gut. Gut, 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 gut. Ja, dann. Neue Waffen haben wir jetzt. Dann investieren wir gerade nochmal die Steine da. Und dann gehe ich mal den Foodshop besuchen. So. Gereicht das? Vielleicht schon? Ah, es hat gereicht. Wow. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Jetzt mach weg. Er braucht ein bisschen. Ja, und dann schon. Was geht schon bei euch? Ah, jetzt. So. Ho, ho, ho. Ich will mir das gerade mal angucken. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ja, ist nicht schlecht, ne? Also hier ist... Oh, für Rainer. Der wird sich freuen. Jawohl. Dann haben wir hier... So, wo standen wir, damit es nicht als Cheat angesehen wird? Hier. Jawohl. Dann haben wir jetzt eine richtig schöne... Schneeke-Bude hier. So, was kann man jetzt neu bauen? Taverne. Mage Hall. Chapel. Library. Die Taverne würde mich interessieren. Wie viel kostet die? 23 Wutsch. Oh, aber nicht so viel Coppistone. Das heißt, könnten wir uns noch nicht leisten. Aber... Wie brauche ich dafür? 128. Das heißt, jetzt nochmal... Ein so'n Ding. Hätten wir bald zusammen, theoretisch. Ähm... Dann mache ich mal kurz was. Hallo, Stein. Bye, 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 bye. Das sind gar keine 16, die man da kauft. Oder ich muss langsam mal klicken. Aber sonst sind das gar keine 16. So. Ja. Ich bin einfach zu faul und... Ähm... Boah. Das hat sich eben so komisch angefühlt. Jetzt habe ich eine Spinne auf dem Kopf hätte. Boah. In den Haaren, meine ich. Boah. Ist mir nämlich schon mal passiert. Und seitdem habe ich da voll Schiss vor. Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit jetzt ins Headset komme. Ich wische mir durch die Haare, weil ich Angst habe, dass da hier eine Spinne war. Boah. Ich hasse Spinnen. Ist mir einmal passiert da. Saß ich auch hier und auf einmal juckt es mich so um Haar. Ähm... Kenne mich so durch. Und auf einmal fliegt da eine Spinne auf meinen Schreibtisch. Und seitdem habe ich... Oh Gott, habe ich Angst. Ich habe allgemein Angst vor Spinnen. Aber seitdem hat sie es verschlimmert. Boah. Das ist so bescheuert, was ich hier mache. Aber naja. Sparten wir halt den Cave, ne? So. So, 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 so. Ich hoffe, ein... Ja doch, ein Spinne 60er müsste reichen. Das ist sehr gut. Dann können wir die jetzt bauen. Und jetzt gucke ich mal, was die Taverne so kann. Vielleicht kann die ja wirklich Geld produzieren. Also, Geld einbringen. Ist die das? Ah, das scheint es zu sein. Schönes Ding. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Okay, hallo. Wait for... Oh, haaa. Rest in a room. Ja. Okay, na gut. Und rest in... Ja, das bringt mir nichts. Kann ich aber schon da umsonst hier machen. Oder? Ne. Jetzt hören sich das gleiche Rest in a room und wait for night. Oh, was bist du... Oh. Plan around there are 50 gold content players. Okay, roll the die. Roll, roll, roll the die. Die, zent, deal hat 10, die, one, die, one, die... Oh, das hat... Also... Das ist also tiefgründig, also... Okay, ich bin... Ah, ja, ich bin der Player. Und der deal hat 10. Ist das mit meiner Punkte? You lose! Okay. Nochmal. Ah, okay, hier kann ich re-roll machen. Achso, okay, ich muss also höher als der kommen und dann re-roll ich mal die 2. Rerolled. Ja, so lass ich mal stehen. Der hat auch re-rolled. Oh, oh, oh. Und... Äh, ja. Same number rolled. Okay, das ist interessant. Roll, roll, roll the die. Okay, das ist jetzt... Achso, der hat einen Double, der hat sofort gewonnen. Ja. Ja, gut, ich verzocke hier noch alles. Egal. Roll the die. 2 und 6, 4 und 5. Okay, dann roll ich die Nummer. Oh, fuck. Ich bin abhängig. Oh! Ich hab gewonnen. Oder? You win. Hahaha, leck mich. Roll the die. Ähm. Oh, ich bleib mal. Hahaha. Nummer. Ja, der hat mit 2 Einsen gewonnen. Dann roll ich die 2 Nummer 9. Und Double. Haha. Jetzt hab ich abgezockt hier. Na gut. Ähm. So kann man also Geld verdienen. Achso, interessant. Na, wenn man's kann. Ich glaube, ich hab insgesamt... Warum hab ich nur 1.062? Hab ich so viel verloren, wie ich gewonnen? Äh, die waren noch nie die Hälsten. So. Ich will nur noch gucken, ob das wirklich was ausmachen. Wenn ich jetzt... Gewinne... Äh. Okay, ich hab verloren. Das heißt, ich müsste... Ah, ne, Gleichstand. Okay, nochmal. Roll the die. Ich bleib mal. Jawoll. Jetzt müsste ich... Verloren. Warum hab ich verloren hier? Nochmal. 987. Ach, gehen wir aus den... Jetzt hab ich dir... Jetzt hab ich dir... Du Scheiße. Jetzt hab ich dir meine Axte geben. Verdammt, gib meine Axte wieder her. Mann! Verdammte Scheiße. Ach, nehm, Spitzhacke. Ja, noch schlimmer. Roll the die. 987 hatte ich. Der hat schon wieder gewonnen. Jetzt hab ich 937. Willen wir mal gewinnen, damit ich... Jetzt hab ich gewonnen. 87, okay. Ja, funktioniert. Dieser Wichser. Jetzt hab ich... Naja, ich hab nur eine anscheinend, aber... Ich hab meine jetzt abgegeben. Toll. Toll. Gut, dass ich nicht mal dir... Achso, hätte er ja nicht genommen, aber... Trotzdem. Naja, gut. Wollen wir schön über den Tisch gehauen. Naja, gut. Aber ich freu mich. Unser Dorf sieht wirklich prächtig aus, muss man sagen. Wenn da noch alles steht und so. Ich freu mich schon drauf. Ja, und ich würde sagen, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und das werden wahrscheinlich zwei Folgen. Ja, deswegen... Komm jetzt... Ich kam jetzt halt zwei Tage hintereinander. Drei Tage hintereinander. Oh, Survive. Äh, äh, oh, äh, äh... Na, fick dich auch. Hier kommt ihr nicht rein. Hier kommt ihr nicht rein. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, gut. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Parti-Video. Und ich würde sagen, haut rein, lasst knacken. Und bis dahin. Ciao.